Hi und herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge hier auf Edles Weib mit dem Echsel. Hallo. So und wir sind heute wieder bei Dummtüch, einem unserer Lieblingskanäle würde ich fast sagen, oder? Ja, durchaus. Ja, die sind echt cool, die Jungs, da kann man echt nur sagen, coole Truppe, cooler Verein. Bei denen würde ich auch tatsächlich mal anhalten, wenn ich da mal vorbei rolle. Ich weiß gar nicht, wo sind denn die? Chat, wisst ihr das? Wir sind nämlich gerade im Livestream, Leute. Wisst ihr das, wo die ansässig sind? Wo die in ihr Sitz ist? Aber wir schauen heute mal rein, Traktor vs. Bus plus Deutz 8006 vs. Eicher. Okay. Okay, habe ich mir auch so gedacht. Steinfurt? Steinfurt? Die Autodoc-App empfehlen, wie ihr seht. Kurz bevor das Video jetzt hier anfängt, wir wollen euch die Autodoc-App empfehlen. Wie ihr seht, bin ich hier wieder ein bisschen am Schrauben. Ach, die Autodoc-App wieder. Ein paar Pluren, da habe ich wieder rumliegen. Auf jeden Fall braucht man da auch Ersatzteile und da kann man nur die Autodoc-App empfehlen. Hier auf dem Handy schnell geöffnet, das Fahrzeug rausgesucht und dann kann man schon loslegen, was man braucht. Reifen, Öle, Flüssigkeiten, Bremsanlage, alles mögliche. Ist hier schön übersichtlich, direkt mit Bildern beschrieben. So, da kann man sich irgendwas raussuchen. Hier, wenn man zum Beispiel unter Filter geht, geht man einfach drauf. Hier findet man alle Filter, die das Auto eigentlich besitzt. Also Innenraum, Filter, Kraftstoff, etc. Ja, da kann man dann jetzt zum Beispiel Luftfilter, so hier findet man verschiedene Marken, zu verschiedenen Preisen natürlich. Ach, fünf Stunden, da klacks, ey. Das ist über dem Ruhrpott, das ist über Münster. Also doch ein bisschen weiter. Das ist, das ist, äh, 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 das ist nicht weit von Füsi, das sind vielleicht noch, keine Ahnung, 50 Kilometer oder 100 Kilometer bis zu Füsi. 50 Kilometer. Ja, ja, ist genau unter Meppen. Oh. Warum wohnen denn die? Ey, ich bin in der Mitte von Deutschland, ne, in der Mitte von Deutschland, in der wunderschönen Thüringen. Und habe zu allen immer 1800 Kilometer, ich weiß auch nicht warum. Heute machen wir mal ein ganz spezielles Video. Oh, was ist hier los? Bart ab und Frisur auf, auf, auf Finanzamt? Was ist da passiert? Das ist bestimmt die Sommerfriese. Na, sag mal, das Frühling geht wohl los, oder was? Ihr hört's im Hintergrund, die gegnerische Partei, die checkt auch unser Fahrzeug. Und zwar haben wir heute Besuch bekommen vom Kopfgetriebeöl. Und zwar Marius hat auch Kalter, Kalter-Kaltstart-Joe mitgebracht und noch einen Kameramann. Ja, was wollen wir dazu sagen? Wir dürfen uns jetzt quasi diesen Trecker anschauen, der quasi im Fight gegen unseren schönen Bus antreten darf. So, wer natürlich jetzt noch keinen Kopfgetriebeöl kennt, sollte definitiv mal vorbeischauen. Wer bei uns Instagram so ein bisschen verfolgt, weiß natürlich bescheiden, was Kopfgetriebeöl ist. Da wird, denke ich, auch mal was kommen, was wir jetzt dieses Wochenende hier so veranstalten. Ihr wisst, glaube ich, schon, worum es geht. Wir wollen auf jeden Fall versuchen, mit diesen eigentlich doch schönen Eicher unseren Bus zu versägen. Als die dann vor dem Bus standen und sich dann mal alles angeguckt haben. Da ist schon warm. Ja, haben die selber gesagt, dass das vielleicht ein bisschen schwierig wird. Ich sag da mal nix, du. Ich sag mal so, ihr habt es ja jetzt gehört. Also, wenn die jetzt unseren Bus schon so bearbeiten, ne? Wir haben immer noch den Trecker. Das ist ein Eicher, 30,85. Ich hab selber nicht viel Ahnung von Eicher. Eicher ist auf jeden Fall, das ist jetzt ein Vierzylinder luftgekühlter Motor mit Turbolader. Vier Liter hoch. Ein bisschen manipuliert und heiß gemacht. Ein Liter pro Zylinder. Aber Allrad hat er zumindest schon mal. Oh, Allrad ist gut. Ich sag mal abschneiden. So, die ziehen hier an der Pumpe. Aha. Machen die halt jetzt extra den Bus kaputt, oder wie, Kat? Naja, wir haben ja den Eicher. Kann man da reingucken mit der Haube, oder? Warte, ich hab... Äh, wo was sagen? Ich bin ja mal gespannt, was die machen, ey. Also, halt. Auf jeden Fall, Eicher ist dafür bekannt, dass jeder Zylinder eine einzelne Luftkühlung hat. Aber dann ist das doch kein Vierzylinder. Eins, zwei, drei, vier, fünf. Das sind sechs Zylinder vielleicht? Das ist eigentlich echt nicht schlecht ist. So kriegt jeder zumindest die gleiche Luft. Bei Deutsch, die haben ja manchmal Probleme mit bei den größeren Motoren, dass der letzte Zylinder verreckt. Aber, ja. Klipp, klapp. Ansonsten, ja, Antriebstechnik mäßig. Allrad, Allrad. Bereiten die Reifen. Das ist ein schönes, schönes, altes Gefährt, muss man sagen. Da feine ich, die Kabinen ist heftig. Drauner da vorne. Auf jeden Fall, Tau ist schon mal dran. Das sollte warten. Oh, ach, ich kann mir denken, was zu machen. Ja, ja. Ich kann es mir schon denken. Für uns ist das jetzt hier eine reine Spaßveranstaltung. Das heißt, wir wollen jetzt nicht hier irgendeinen Grand Prix gewinnen oder Gott weiß was. Und das ist rein Spaß hier. Der eine sagt, oh, armer Trecker, bla bla. Wie gesagt, das ist Spaß. Wir wollen den Trecker natürlich nicht auf links ziehen. Oder meinen Deutz, wie wir vielleicht auch nochmal gegen ziehen. Dieser Trecker hat auch eine minimal lange Anreise gehabt. Aber, wie gesagt, das ist Spaß. Viele kennen diesen Trecker auch schon. Ich sag mal, im Internet, TikTok und Co. Ist der, glaube ich, relativ bekannt, weil dieser Trecker schießt Ringe. Und das nicht zu knapp. Was? Was? Schießt Ringe. Was? Hä? Hä? Schießt logisch Ringe. Da ist ja warm, ne? Ja. Alter, der klingt aber zornig, oder? Oh Gott, der klingt sehr gut. Ja, ich kenne das. Ey, guck doch mal, der haut den Ringe raus. Wie gibt das? Rügelmaschinen. Das ist ja der Hit. Macht den Ringe oder nicht? Ja. Ja? Ja, richtig. Das sieht man gerade von hier. Wir haben gerade unterlassen hier. Ja? 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 Und wie fährt der, ey? Also jetzt auf jeden Fall besser wie vorher. Also ein bisschen der Leistung. Na ja, geht eigentlich. Natürlich fährt man durchs Besser, das ist klar. Aber... Nein, eigentlich nur eine schiere Kiste. Oh, ich weiß immer noch nicht. Gut wär's? Ja? Ne? Ne? Ah! Du erstes Schalte, ey. Hey, wir müssen uns auch jetzt mal ausdenken. Oh, wenn jetzt das rückwärts ist so und ganz komisch, ey. Aber egal, ob das läuft. Äh, wie gesagt, ja, an dem Check-Abo natürlich einiges gemacht, damit das vielleicht doch klappen könnte. Wenig Luft auf die Räder, vorne noch einiges an Gewicht draufgepackt, bisschen an der Pumpe gespielt. Ja, ähm, könnt ihr euch ja jetzt mal selber an den Kopf machen, wer wo gewinnen wird. Äh, ja. Ach, die Scheiße. Ich sag mal so, egal wie es ausgeht, danach gibt's Bier. Kann nur gut ausgehen. Ach, du Scheiße. Ha, 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 ja, ja. Das machen die nicht wirklich, oder? Ja, doch, siehst du? Ach, siehst du? Ja, das Problem ist, der Bus hat halt ein extrem hohes Gewicht. Ja. Wenn der einfach auf der Bremse steht, steht er auf der Bremse, oder? Ja. Ja, siehst du? Oh, guck mal. Ja. Au, 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 au. Oh, was? Uh, ha. Aber schön einmal, ne? Das ist natürlich echt geil. Mein Bus ist aus. Automatik abgewirkt. Automatik abgewirkt, Simon. Hinten. Ach, die Scheiße. Oh, er wird schön ungefilgt. Wir wollten ja was sagen, gell? Du kannst ja auch nomatik fahren, oder? Nein, aber, ähm, wenn sich euer Bus mal festgemütet hat. Ja. Aber, ja, geht. Schöner Boden habt ihr hier. Ja, ne? Schön los. Eben Bodenproben. Alter Schwede. Ich glaube, ich schlafe nochmal lieber. Ja, was war los? Weiß ich nicht, aber hab ich mir schon gedacht, der hat sich einfach eingebuddelt. Und mir passiert da nichts. Aber der hat wahrscheinlich die ganze Zeit durchgedreht, oder? Ja. Aber doch, ne? Aber ihr auch. Weil man mal ein bisschen nachgelassen hat, dann konnte er wieder... Weil die fliegen doch mit der Drohne. Wo sind denn die Drohnenaufnahmen? Also, irgendwie beruhigt sich das irgendwie alles auch gegenseitig. Kommt vielleicht noch. Also, das ist eigentlich auf der Straße, aber da macht man sich alles mit kaputt. Nee, da reißen wir noch alles zusammen. Aber unentschieden, oder? Ja. Ja, wir können ja mal gucken, ob wir den Bus... Da hast du die Drohne. Ja. Ich versuch, ihn vorne anzumachen. Ja. Das könnte eher klappen. Ja. Probieren wir es einfach mal. Das ist ein Video. Ach, ja. Was macht er jetzt? Wann? Was? Jetzt wollen wir eigentlich den Trecker mal, oder den Bus quasi vorne anhängen. Weil dann hat er eher eine Chance. Ja. Danke. So, jetzt haben wir vorne eingehängt. Alter. Jetzt würde ich mal sagen, ziemlich sicher, dass er gewinnt. Wer? Der Eicher. Weil ich habe jetzt kein Gewicht mehr hinten, weil vorher das schön runtergezogen. Und die Verzahnung vom Profil läuft ja jetzt quasi gegenläufig. Ich werde jetzt einfach mit dem Rückwärtsgang fahren. Ich kann es vergessen. Der Bus ist zu schwer. Der Bus ist zu schwer, den kriegst du nicht weg. Der ist halt geil. Oh, jetzt hat er. Jetzt hat er. Ja, ist klar, wenn er den dann immer hat zu ziehen, dann kannst du doch so sehr... Ah, jetzt war's. Ich bin hier mal an Schlawitsch, ne? Das ist schon geil. Aber ich glaube, richtig interessant wird es erst bei dem anderen jetzt, bei dem Trecker-Duell, oder? Da wollte ich gar sagen, ich würde es halt feiern, ne? Der Sieg war auf jeden Fall auf seiner Seite. Aber man muss ihm ja mal eine Chance geben. Ja, aber war trotzdem lustig. Oh, das ist lecker, ey! Ja gut, ja! Ja! Toll, wie geschickt denn? Ja, war doch gut. Ganz interessant. Ich würde mal freundschaftlich vielleicht noch die Hand geben, wenn da keiner sauer ist. Alles gut. Ja. Ich würde sagen, jetzt gibt es einen anständigen Ölwechsel. Eine Bierlänge. Puh! Aber wir haben jetzt erst... Ja. Ja. Und erstmal ein Bier und trinken. Genau. So sauer war das. Puh! Aber warm wird es trotzdem. Ich muss ein paar mehr Hebel ziehen bei meinem Karten gleichzeitig. Wo du jetzt den Rückwärtsgang drin hattest, konnte ich dich ziehen, oder wie? Ja. Also du warst jetzt nicht im Neutral oder so? Ja, weiß ich auch nicht. Der Differenzial, ne? Der dreht mal da, mal da, mal da. Der hat die ganze Zeit Kraftüberbrechung, ne? Das ist halt nix für auf die Wiese fahren. Aber ansonsten ist halt... Das sind hier Viecher, heute. Ja. Ja. Ja, an sich ist eigentlich... Gute Geschichte, oder? Ja. Ja. So, jetzt eine Runde gegen beim Dolz. Können wir mal probieren. Ja komm, wenn er schon da ist. Ja. Vorsichtig mal anziehen. Das kann nicht ziehen, oder? Das ist Viehzeug, Alter. Ja. Jetzt mal eben Trecker gegen Trecker. Mein Gold gegen seinen Eicher. Sechszylinder Sauger gegen. Vierzylinder Turbo. Vierzylinder Turbo. Ja. 4,2 Tonnen gegen? Äh... 4? Ich weiß es nicht mal. Schauen wir mal. Wer gewinnt denn jetzt schon mal? Das weiß ich jetzt noch nicht. Jetzt bin ich auch gespannt. Ja. Deswegen... Ich sag lieber nichts. Ich hab nur noch nicht so ganz so gute Reifen wie er. Deswegen... Guck, guck. Alter. Ich wollte nicht weit. Ist der auch ein Allrad, der Deutz? Ja, oder? Ja, ja. Oh, oh. Oh, jetzt hat was geknackt. Oh, oh. Ich hab gedacht, jetzt hat's hinten am Getriebe was geknackt oder so. Oder am Differential. Oh, der Schrauskutscht. Ach der Schrauskutscht. Ah, der Schrauskutscht. Ja. Oh, der Schrauskutscht. Oh, die nehmen sich aber nix, Alter. Nee, kommst du ja an, du. Ich hab grad jetzt aber auch alles ohne Sperre gemacht, weil ich glaube, das ist nicht so cool, wenn man die reinknallt, wenn der voll unter Last ist. Ja, auch hier unentschieden, wa? Was willst du machen? Das ist der Untergrund, ne? Ja. Ja. Ach, komm, für den Spaß. Für den Spaßverkürz. Ja. Kann man mal machen. Ja. Kann man mal machen. Bier trinken. Ja, jetzt ist Feierabend, oder? Ja, dann wollen wir jetzt mal was trinken. Ich denke, war mal wieder lustig anzuschauen. Der Typ der wahre Sieger ist, ne? Wollen wir uns ja gar nicht erzählen. Also die Bedingungen waren halt ganz schlecht. Ich glaube, wir hatten noch ein bisschen zu viel Luft auf Räder. Schlecht verlieren konnten wir halt immer schon, ne? Was? Das hab ich nicht richtig gehört. Ja, das stimmt. Wir haben gar nicht verloren. Das war ja was. Wir haben jetzt aber zweimal unentschieden. Weißt du, was das heißt? Ich lade euch ein zu uns ins Hotel am Bodensee. Oh. Gibt's die Revanche. Quasi die dritte Runde. Das ist die ganze Bandit zusammen. Dann können wir mal richtig saufen. Paar Roller zerstören. Ja. Und dann überlegen wir was cooles. Steht die Nummer, oder? Steht. Geil. Bisschen im Hotel randalieren. Ja, ich würde sagen, wenn euch das Video gefallen hat, lasst mal oben da und geht uns weiterhin so fleißig wie bisher. Wir bauen jetzt erstmal alles ab und räumen ein bisschen auf. Nicht, dass man sich hier noch die Beine bringt bei den ganzen Löchern. Und wir sagen, schaut bei uns im Shop vorbei. Lasst ihn da oben da und geht uns weiterhin fleißig. Schaut bei Kopfgetriebeöl vorbei. Selbstverständlich. Da gibt's natürlich auch einige Videos über den Eicher. Da müssen wir jetzt mal schauen. Bleibt uns gesund. Wir sehen uns. Ciao. Bier trinken. Da müssen wir jetzt mal vorbeischauen. Die kenne ich gar nicht, die Jungs. Also die kenne ich gar nicht. Okay, sagt ihr das was? Morgen, Amme. Heute ist Warm-up. Ist der Motor kalt? Gib ihn 6,5. Joachiii. Schlüssel. Und los. Ist der Motor kalt? Gib ihn 6,5. Da müssen noch ein bisschen Kreuzheitsgürtel abgelegt werden. Achso. Ist der Leistung? Ja, sehr cool. Auf jeden Fall eine geile Sache, dass sie da bei Dummtüch waren. Muss man sagen. Finde ich ganz lustig. Finde ich ganz lustig. Ich weiß gar nicht, wie lange gibt's die Jungs schon? Muss ich sagen, keine Ahnung. Ah doch, die gibt's schon ein Stückchen. Na gut, ein bisschen aber erstmal raus. Lasst das Däumchen da, meine lieben Freunde. Schaut gerne vorbei. Und ihr schaut auch gerne bei beiden vorbei. Und bis dahin. Tschüss. Und Ciao. Ciao.